Herzlich willkommen, meine lieben Dutsu und Odeen, zu einer neuen Serie, nämlich zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und ja, ich heiße euch hier recht herzlich willkommen. Wir, ähm, stellen uns gerade ein Hauptmenü und wir wollen mal direkt hier rein starten. Ich hoffe, wir kriegen jetzt hier eine coole Sequenz. Nintendo präsentiert. The Legend of Zelda. Breath of the Wild. Öffne die Augen. Öffne die Augen. Wach auf, Link. 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 mit links. Steuerung mit Plus. Achso, hier kann ich die Sachen einstellen. Da oben L ist Tasche. Tagebuch, ähnliche Erinnerung. Gucken wir uns das hier an. Untersuchen wir mal. Ja, und natürlich an der Stelle willkommen zu diesem grandiosen Spiel. Habe ich Ewigkeiten auch schon drauf gewartet. Okay, nehmen wir den mal mit. Ja, mein erstes Zelda war ja Ukraine of Time. Das ist schon einige Jahre her. 20 Jahre oder so. Und jetzt haben wir hier wieder was mit den Schika zu tun. Schika-Stein. Eine geheimnisvolle Tafel mit einer leuchtenden Fläche drauf. Obwohl du sie zum ersten Mal siehst, scheint sie dir seltsam vertraut. Okay, wir sollen die Tasche öffnen. Da ist der Schika-Stein. Das, was wichtig ist. Können wir damit irgendwas machen? Nein. Wir können das sortieren. Wir können es betrachten. Aber wir können uns betrachten. Okay. Aber nicht den Schika-Stein. Oder wie? Okay. Zack. Haben wir erstmal unser Handy bekommen. Sehr schön. Ich schaue mich nochmal ganz kurz hier um. Aha. Sprinten mit dem B-Knopf. Hüpfen mit X. L. L. Ich hab da gar nichts. Okay. Waffe ziehen wohl mit Y. Werfen mit R. Öffnen wir das mal. Was haben wir denn hier? Ein altes Hemd. Okay. Die Tasche öffnen kann ich später noch. Erstmal kuhre ich mich ganz kurz hier um. Ich denke, also ich weiß schon, was es für krasse Challenges geben wird. Full Naked Link Challenge oder irgendwie sowas. Also ohne Ausrüstung und so ein Kram. Huch, jetzt bin ich hier hintergefallen. Und aus dem Spiel raus. Nein, natürlich nicht. Okay. Ja, das kennen wir noch von früher. Den schönen guten alten Link. Dann gucken wir uns das tatsächlich mal an. Rüsten das auch aus. Damit er nicht die ganze Zeit nackig rumlaufen muss. Ja, ist nicht mega spektakulär. Oh, da vorne sollen wir irgendwas machen wahrscheinlich. Untersuchen wir das mal. Halte den Shikas-Stein über das Podest. Ja, okay. Dann wird der Weg sich dir öffnen. Mhm. Wo gehe ich hin? NFC hat das sozusagen, ne? Ich verstehe. Shikas-Stein erkannt. Du darfst passieren. Die Regelung aufgehoben. Also die haben irgendwelche krassen Technologien gehabt, die Shika. Der Rest war ja nicht irgendwie so hochentwickelt. Okay, gucken wir mal, was uns da erwartet. Lange nicht die Sonne gesehen. Ist klar. Springen und sprinten. Oh. Okay, wie sieht das aus? Ah ja, ich kann hier klettern. Gut. Jetzt kommen die ersten Sonnenstrahlen rein. Da hinten ist der Kronenberg. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Mount Dodongo oder irgendwie sowas. Dann ist das da neben das Schloss, wo wir raufgucken. Das ist Hyrule hier, ne? Ja. Okay, und da die Zitadelle der Zeit. Alles noch sehr bekannt aus Ocarina of Time. Und die Frage, wie lange ist das her? Auf der Box stand, was vor 100 Jahren passiert ist. Okay. Waffenangriff. Mit Y greife ich an. Okay, cool. Die Dinger kann ich nicht kaputt machen mit meinem Stöckchen. Irgendwas, was man hier so mitnehmen kann. Aus der Hülle bin ich gerade gekommen, ne? Ich mag immer ganz gerne Sachen nochmal mir so angucken, die ich hier so in der Gegend sehe. Wenn ich da drücke, gedrückt halten. Aha. Ah. Da gedrückt halten, auf der rechten Seite. Verstehe. Alles klar. Komm mal hier. Was sehe ich denn da? Pilze. Hyrule Pilz. Weg, mal mitnehmen. Kann nicht schaden. Hier kann ich raufklettern, wenn ich will. Das finde ich auch sehr cool, dass er halt einfach überall so hin kann. Aber sobald seine Ausdauer weg ist. Hier kann er sich nicht aufladen mit Energie. Oh oh. Aber ich kann nicht hoch. Okay, ich sollte hier gar nicht hin. Habe ich mir so gedacht. Gucken wir einfach mal, was hier so ist. So. Werde ich hier wieder lebend runterkommen? Ich vermute mal nicht. Aber hier haben wir noch eine kleine, ein bisschen bessere Aussicht. Und ich wollte einfach nochmal hier hoch. Einfach. Ich habe schon gesehen, wo ich eigentlich hin will oder hin möchte. Wo hin soll vielleicht auch eher. Aber ich mag einfach mich auch mal woanders hin umsuchen. Weil das Spiel gibt dir jetzt hier nicht exakt vor, wo du hin sollst, ne? Hinten nämlich Ruinen im Schneegebiet. Aber flüssiges Wasser. So ein Wasserfall aus dem Schneegebiet. Okay. Interessant. Na gut. Gehen wir mal den Weg da runter weiter. Uiuiuiui. Okay. Ist er jetzt auch nicht gehört? Noch eine Route brauche ich nicht. Nehme mal ruhig den Pilz mit. Hier führt auf jeden Fall einen Weg runter. Den gehen wir jetzt auch mal. Hallo? Ja, was denn? Ist das mein Name? Bin ich Link? Wer bin ich eigentlich? Wichtig zu dem Ort, den der Schikastein dir weist. Okay. Dafür muss ich auf Minus drücken. Und der Schikastein sagt in... Da hin soll ich. Ferne Stimme. Tagebuch öffnen. Vergessenes Plateau. Die ferne Stimme. Wundersame Stimme. Vergessenes Plateau. Eine wunderschöne Frauenstimme rät dir, den Ort aufzusuchen, der auf der Karte des Schikasteins markiert ist. Obwohl du die Steintafel in den Händen noch nie zuvor gesehen hast, scheint sie dir seltsam vertraut. Öffne sie mit Hilfe von Minus. Das ist jetzt meine aktive Mission. In die Richtung. Die ferne Stimme. Okay. Eichhörnchens. Hallo, ihr Eichhörnchens. Da liegen noch Sachen herum. Ach, so eine doofe Rute. Diese Pilze. Man weiß ja nie, wofür wir die brauchen. Also, ich weiß, dass wir hier kochen können und so ein Kram. Deswegen scheint es mir nicht verkehrt, schon am Anfang mal die ganzen Pilzchen mitzunehmen. Ich weiß nicht, wie viel Platz wir im Inventar haben. Materialien. Und die stacken auch. Ein halbes Herz kriege ich damit wieder aufgefüllt. Gut. Hätte die Eichhörnchen jetzt auch schlagen können, aber muss man ja nicht direkt alles schlagen, was es so gibt. Lettern bitte. Achso, ups. Zala. Nehmen. Jo. Danke. Einen schönen kleinen Apfel und auch den nehme ich. Ach, ich muss mit der Steuerung nochmal zurechtkommen. A und B ist hier ein bisschen anders, als ich das gewohnt bin. Hallo. Sieh an. Sieh an. Dabei hatte ich mich gerade an die Einsamkeit hier oben gewöhnt. Na, wer bist denn du? Du interessierst dich für einen Landstreicher wie mich? Oder fragst du nur aus Höflichkeit? Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe das ja schon mal gesehen, diesen Landstreicher und so weiter. Das könnte durchaus, aber das wäre für 100 Jahre schon ein bisschen zu spät, der König sein. Der König von Hyrule, oder? Seht er nicht auch so aus mit so einem dicken und langen weißen Bart? Ich bin ein alter Sonderling, der schon seit Ewigkeiten allein hier in der Gegend lebt. Ewigkeiten? Ja, wie lange? 100 Jahre? Sag mir, was hat dich hierher verschlagen? Äh, auf Wiedersehen. Eine Frage mit einer Frage beantworten. Die jungen Leute wissen nicht mehr, was sich gehört. Hallo? Ich bin bestimmt älter als du. Aber vielleicht ist es Schicksal, dass wir uns hier begegnet sind. Ich werde sie dir beantworten. Wir befinden uns auf dem vergessenen Plateau. Dieses Gebiet soll vor langer Zeit die Wiege Hyrules gewesen sein. Okay. Da, guck. Oh, da ist eine Fackel, die nehme ich gleich mit. Die Zitadelle der Zeit. Ja, die kennen wir. Dieser Tempel da sollte in alten Zeiten von der Königsfamilie für große Zeremonien genutzt worden sein. Doch vor 100 Jahren ging das Königreich unter. Danach ist hier alles verfallen. Du siehst es ja selbst. Keine Menschenseele mehr weit und breit. Nun denn, ich werde wohl noch ein Weilchen hier sitzen. Komm ruhig zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Ja, was kannst du mir denn an Hilfe anbieten? So, erstmal die Fackel hier mitgenommen. Ähm, anzünden. Bei dir muss man ja Angst haben. Komm damit bloß nicht in die Nähe von trockenem Gras. Aber naja. Hier treiben sie sich eine ganze Menge Monster herum. Vielleicht kannst du sie damit vom Leib halten. Aber ich hoffe, du fuchtelst nicht wild damit herum. Du musst genau auf die Bewegung deines Gegners achten. Zielerfassung ist der LZ-Button. Der linke Z-Button sozusagen. Was kannst du denn noch mehr sagen? Was willst du? Was machst du da? Ich mache es mir am Lager voll gemütlich, wie du siehst. Vielleicht röste ich mir gleich noch einen Apfel oder zwei. Die meisten Sachen werden nachhafter. Und schmecken besser, wenn man sie vor dem Essen röstet. Röstapfel. Okay. Das ist mein Röstapfel. War nur Spaß. Hier gibt es genug Äpfel für uns beide. Geröstet schmecken sie köstlich. Okay. Ich wollte gerne selbst rösten. Und dann geh mal wieder deines Weges, Junge. Äh, schade. Ich kann doch nicht... Oh, mir ist heiß. Ich dachte schon, ich brenne. Habt ihr es gesehen? Ihm war ein bisschen warm geworden. Ähm... Die Axt nehme ich gerne mit. Die Holzfäller-Axt. Das heißt also auf dem... Ich kann also in dieses Hauptmenü das auswählen. Ausrüsten. So, mal gucken. Okay. Ich weiß noch nicht, wie ich schlage. Ach mit Y. Und man nannte mich auch der Sensenmann. Obwohl ich keine Sense habe gerade. Aber Mähn ist meine Leidenschaft geworden. Seit großen und langen Zeiten mähe ich ganz gerne Rasen. So, wir gucken einmal. Seht ihr auch das, was ich sehe? Also nicht die Fische. Das sind... Oh. Ui. Du hast mich entdeckt. Okay. Nanu. Du bist ja gar nicht Maronus. Kannst du mich etwas sehen? Ich bin ein Krog. Ein Waldgeist. Hier, ich habe etwas für dich. Wenn du Maronus siehst, gib es ihm doch bitte zurück. Krogsamen. Die kleinen Samen hat dir ein Krog geschenkt. Vielleicht lohnt es sich, viele davon zu sammeln. Riecht etwas komisch. Mhm. Meine Freunde verstecken sich übrigens auch an den verschiedensten Orten. Wenn dir irgendetwas auffällig erscheint, solltest du dort suchen. Ja. Das erschien mir doch etwas auffällig. Auffällig. Wenn wir uns mal hier raufbegeben. Wir müssen uns das mal hier oben angucken. Ich habe das Spiel durchgespielt direkt. Das Master Schwert. Gerostetes Schwert. Cool. Das ist aber doch nicht das Master Schwert. Waffe werfen und äh... Ausholen. Aha. Oh. Nein. Meine Axt. Ah. Ich habe meine Axt weggeworfen. Ich möchte tauchen. Ich möchte meine Axt wieder haben. Okay. Na gut. Ach, da bist du. Mensch. Ob ich es noch zum Ufer schaffe, ohne zu ertrinken? Ich habe einfach meine Axt weggeworfen. Ich... Spaggel. Boah. Gerade so überlebt. Ja, dann nehmen wir mal das verrostete Schwert. Ähm. So. Ja. Kann man auch mal machen, ne? Zitadelle der Zeit. Sehr schön. Speichervorgang. Ah, cool. Ausdorf. Damals konnte man noch... Erstmal... Ausruhen. Kurz umschauen. Was haben wir denn hier? Ich bräuchte auf jeden Fall eine neue Axt. Weil die war eigentlich gar nicht schlecht. Ich habe sie einfach weggeworfen, weil ich nicht so schlau bin. Richtig hier einfach hoch. Ich kann mich dann später um die Burschen da kümmern. Und komisch, dass Link jetzt ein Rechtshänder ist. Früher war er... Linkshänder immer. Sehr gut. So. So. Das kriegst du gar nicht. Goblin Hauer, okay. Irgendwie einen stumpfen Zahn bekommen. Was ist das hier? Ein Goblin Horn. Eine Kochzutat. Und wir können auch den Bockstock mitnehmen. Okay, gucken wir uns mal hier um. Ich werde vermutlich auch viele Sachen nicht finden. Einfach, weil ich mich hier noch nicht so auskenne. Habe echt überlegt, ob ich mir vielleicht auch die Komplettlöse dazu hole. Aber das ist dann irgendwann auch langweilig. Oh, Kiste. Hallo, Kiste. Öffnen wir mal. Was haben wir denn hier? Ein Reisebogen. Ah, nice. Schießen und spannen. Aber ich habe keinen Pfeil. Okay. Ist irgendwas hier drin? Ich kann ihn... Oh. Mein Fortschritt ist es schwer. Zerbricht gleich. Bisschen umgesehen. Sehr schön. Guck mal, hier haben wir den... So, da kann ich mich... Jetzt sieht es in der Zeit, habe ich mich eigentlich immer so ein bisschen erinnert, dass es hier das Portal gab, wo man die drei Steine reingepackt hat. Okay. Die Statue der Göttin zeigt ein mildes Lächeln. Na gut. In Ordnung. Also ich mache mir natürlich jetzt hier noch nicht direkt auf den Weg dahin, wo wir hin sollen. Denn wo wir hin sollen, das müssen wir selbst herausfinden. Also doch selbst entscheiden. Also ich habe ein bisschen schon von Zelda gesehen. Ich weiß, dass man hier auch irgendwie raufklettern kann. Aber ich traue mich jetzt hier nicht einfach so direkt raufzuklettern. Gibt es hier nicht irgendwie eine Leiter oder sowas? Das sind auch irgendwie hier krasse Viecher, ne? Da muss ich einfach so an der Wand hochklettern. Das wäre ja schon heftig. Da wäre der Link echt der krasseste Free Climber. Ah, guck mal, da oben geht es auch irgendwo hin. Mal gucken, ob es die komplett andere Richtung, als die uns da so vorgeschlagen wird. Also von der Stimme. Ich werde hier gleich mal irgendwo an der Seite hochklettern. Achso, da ist noch leidig, Idiot. Äh, ja. Gucken wir mal. Ich werde die erste Folge nicht allzu lang machen. Wir wollen ja so ein bisschen nur den Einstieg finden. Okay. Ja, hin. Oh, ho, ho, ho. Was ist da hinten? Was ist denn im Turm oben, ne? Da will ich hin. Okay, haben wir hier oben noch geschaut. Ein bisschen mit Efeu bewachsen. Aha. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte gerade überlegen, wie ich sprinte nochmal. Ach, mit B, ne? Genau. Komme ich auch ein Ding. Oh, beinahe habe ich hier runtergefallen. Wenn ich richtig geguckt habe. Noch einmal hier was öffnen. Noch eine Kiste. Was ist denn das? Soldatenbogen. Ui. Oh, der ist gut. Das eine war eben gerade der... Reisebogen. Jetzt haben wir den Soldatenbogen. Ohne aber komme ich so nicht rein, ne? Das ist kein spezielles Fenster. Dann hier runter. Ich möchte gerne loslassen. Ach so, mit B. So. Boah. Okay. Irgendwas gehört? Das kann von überall her kommen. Ich gehe mal jetzt ganz kurz hier in die Richtung, ne? Da in die Richtung, wo wir hin sollen. Auf zum gelben Punkt. Oh. Ja, sehr schön. Oder was? Werfen mit R. Ach, das ist R. Okay, ich drücke mir RZ, weil das... Ah, ein Holzfeil. Weil R ist ein bisschen schmaler. Fünf Holzfeile. Als RZ. Man hat das Gefühl, man ist immer auf dem RZ-Button. Der RZ ist beim Xbox-Controller sozusagen das RT-Pandron. Und der normale R-Button ist da der RB. Jetzt habe ich ja sechs Feile. Das ist hier da unten ein. Den werde ich mal versuchen anzuschießen. Ja, bewegt dich nicht. Ich weiß noch nicht fertig mit der Welt, ne? Ich weiß noch nicht, von woher das kam. Und habe ich doch auch eingehört. So. hier eine schöne kiste und eine hülya hose ist hier besser als meine man weiß es nicht ich wollte ja so langsam ich mir in die richtung begeben wo wir hin sollen wie viele plätze habe ich denn ich glaube ich bin voll ne einen habe ich noch so einen stock brauche ich nicht wenn die auch benutzen auf dem gegner damit zu werfen ich dann teilt damit wohl mehr schaden aus ein bisschen platz ist nicht schlecht ich habe jetzt nur keine richtig guten waffen wird ihr das oh hallo na nein ich möchte den schieben habe ich beide gut erwischt nehmen wir mit den stock licht gehen das ding ist kurz vorm kaputt gehen nehmen wir auch mal ruhig mit so ich muss in die richtung ein schmetterling sind hier um sind davon dass wir ein bursche wir brauchen mehr feile warum liegen hier keine feile herum komisch warum liegen einfach keine feile herum die solche auch in der nähe hin sind hier schon ganz richtig noch zwei feile ist nicht hier oh du hast mich entdeckt oh nein oben stehen noch welche herum holzfeile fünf sehr schön und ein schild oh sehr gut ein schild das kann ich gebrauchen gedrückt halten und auch das reiseschwert na endlich das reiseschwert ist eigentlich ganz gut wie soll ich hin oder hinten sind mehr goblins dann bin ich hier gelandet ich soll wahrscheinlich dann hier unten drunter deswegen stand er davor oder wie was haben wir denn da gefunden untersuchen wir das doch mal bitte schicker stein einsetzen ja nicht machen ein bisschen aus wie die decks von haast und haast sturm schicker stein erkannt schicker turm wird aktiviert das kann zu leicht einer schütterung kommen ja ok dass es überhaupt hoch geht wenn das komplett unter erde ist aber muss wohl sehr viel kraft hinter sein ein schicker turm oh nein was ist das sind das die außen mauern von der stadt hyrule jetzt gehen alle türme auf oder wie jetzt gehen die ganzen schicker türme auf dass wir mit einem alle anderen aktiviert so eine art schicker turm netzwerk warum auch nicht ok turm des plateaus das sieht doch schon mal nicht schlecht aus karteninformationen werden übertragen also kleiner tropfen der da rauskommt auch cool ja super damit haben wir schon mal eine karte ok also das sind wir eine karte der umgebung wurde hinzugefügt wir sind da am obersten rechten rand ok aber das scheint nur das gebiet hier in der nähe zu sein gibt es wahrscheinlich noch mehr warum sprichst du so aus der entfernung 100 jahre lang hast du geschlafen wenn dieses ungeheuer seine vollständige kraft wieder gewinnt ist die welt dem untergang geweiht ja noch ein dorf schon wieder immer wieder okay ich mache es ja schon wie sehr muss ich mich denn beeilen die ferne stimme geschafft ok das haben wir schon mal gut hinbekommen mit unserer quest und ich denke mal das ist ein guter zeitpunkt um hier einmal einen kleinen cut eine kleine pause einzulegen wir haben jetzt schon mal so einen ganz kleinen einblick bekommen hoffe euch hat es soweit gefallen und ich hoffe wir sehen uns dann auch bald wieder wenn es euch gefallen hat gerne lasst ein däumchen nach oben da und dann machen wir hier genau an dieser stelle weiter also macht es gut bis zunächst mal tschüssi 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 tschüssi